So, hi, Flippers. Ja, neues Update. Oh, jetzt kann man auch rasen gehen? Ja, Ehre. Nicht geil. Ey, Leute, wie geht's? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Hausflipper. Heute gucken wir mal... Alle, haben wir was Neues, Kollege? Hier an der Tankkultur geholt, an der Pimmelfrattstraße. Was ist denn jetzt los, Alter? Ehrenbier. So, hier lassen wir mal hier ein... Was ist das denn? Ich muss hier die Häuser flippen, Alter. Gar ein Flipper, Alter. Hast du einen an der Flipper, ey? So, lass uns hier. Aber wenigstens ein schönes Bierchen mitmachen. Das kannst du gleich noch. Ist das auf Sendung? Ja. Ja, ist live? Ja, ist live, Alter. Na, dann Prost. So, geht wieder los. Ja, lass mal aufmachen, den Humpen hier. Ja, kannst du ja auch verschieben, die Scheiße. Warum? Gewälzt. Und Bruch. Oh. Schlürf. Ja, dann würde ich sagen, geht wieder los. Rein. Alter, sind wir hier gelandet. Oh, was ist hier los? Hier wird geballert, volle Deckung. Ey, was ist hier los, Mann? Mega, die Sahara. Alter, wieso habe ich einen Blaster in der Hand, Alter? Das ballert ja auch nicht. Das knallt in die... Hier, Priesterchen. Oh, nee, nicht, das war schon wieder. Oh, das... Weiß ich auch nicht. Ja, dann, äh... Wo sind wir an, Alter? Ich weiß nicht. Alter, Laser! Du bist ein Roboter. Oh, du auch, ey. Äh, Team-Damage. Oh, echt? Granaten? Du bist weg! Das heißt, wir gehen jetzt in den Krieg, Alter? Ja, Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich bin's, euer Kalle Koschinski. Und wir pimpen jetzt das Battlefield hier. Die Felsen da. Die Felsen hier. Die Felsen hier ist ein bisschen glatt. Das, was, was müssen wir hier... Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, hier sind Vögel. Machst du weg, machst du weg! Ah, den Film kenne ich. Ey, Count Dooku kennt man. Ja, das ist doch hier. Der ist doch krumm, Alter. Das ist doch hier Star-Trek. Ich bin in der Hose. So. Boah, der Mauer sagt dich! Der hat den Geschmack in der Backe! Das hat der Hand of God immer zu mir gesagt. Das war ein Wachmacher. Oh, der ist umgefallen. Oh, das ist ein Gegner. Hier, oh mein Gott, ich bin in die Luft geflogen! Einfach so! Alter, ich treffe nichts. Scheiße! Wer bist du eigentlich? Ich mach dich weg von hinten. Du sitzt hier so rum mit deiner Lederweste, Jeans. Fängst mich doch, Alter, vom Clubhaus. Vom Clubhaus, Alter? Ich bin auch dein Zuschauer. Ich bin ein großer Fan. Vor allem die Flipper. Diese Flipper-Geschichte. Fiechgeil. Sag dir mal, schön zu entspannen und auch noch nie. Ja, noch mal. So. Step-Fuhr. So. Puschinski. Maserati. Lass mal mal einen Rumpf ran. Oh, mein Gott. Du bist Puschinski, Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kann ich auch mal zum Auto fahren? Oh, scheiße. Kann ich nicht überfahren? Kann man hier boosten, oder was? Ah, hier sind Gegner. Oh mein Gott. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Jawohl. Er ist irgendwie jetzt frustriert. Aber ich auch. Oh, so. Oh, und jetzt noch eine Fab-Rolle hinterher. Oh, hier ist ein Jedi oder sowas mit dem Schwert an. Jedi in der Wüste? Mit dem Schwert? Ein Yeti? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Nee, Puschinski. Ich weiß ja gar nicht, hier fliegt so viel rum, worauf man nicht ballern kann. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier sind. Ich wollte ja eigentlich nur ein Bier vorbeibringen. Das ist übrigens aus Kroatien. Ja, da steht doch irgendwas drauf. Bäh. Und Swissco, Alter. Oh, da sind Fuß, Leute. Den haben wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Oh, der ist nicht hoch. Der lebt, der lebt. Der ist doch reingegangen. Nee. Doch. Rander. Was ist da noch raus? Mein Weg. Ja, 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 ja. Der ist geflogen. Der fliegt immer noch. Granade. Granade. Wenn hier nochmal einer aussteigt. Hier. Genau vor mir. Ja, ja. Läuui. Oh, der ist ohne. Oh, das ist Jedi-Man-Raus. Das ist Jedi-Man-Raus. Nein, 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 nein. Der hat mich geteilt. Oh, dem haben wir eingeschenkt. Das war eine Masa 797. Der schenkt nicht mehr, ey. Das ist so aus. Alter, du Edeka. Oh, ich auch. Nee, ey, der macht die Rolle. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir hier aber zu zweit unterwegs. Oh, oh, oh. Oh, der geht zu uns, glaube ich. Der hat ein rotes Gerät, ein rotes Nebel. Ich fahr das mit Schild weg. Pass auf. Ja, 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 ich zieh das. Ich zieh das. Oh, ich fahr meiner. Willst du mit? Oh, hier nachher. Ja, hier unten links, rechts. Alter, machst du Abfahrt, ey. So, hier, runter. Oh, hier kommen Leute. Oh, der geht zu uns. Oh, das ist ein Auto. Oh, das ist ein Auto. So, und jetzt. Oh, scheiße. Der Jedi-Goldmark-Hust. Alter, hier ist so viel geballert. Ja, Alter. Ich krieg überhaupt nichts mit, ey. Hier ist schon wieder einer mit dem Schwert. Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, da kämpfen zwei gegeneinander. Darth Maul oder Vader oder wie er heißt. Geiler Tod. Oh, scheiße. Komm, wir T-Bang den. Oh, jetzt geht der. Okay. Oh, hier kommt der einer. Close. Oh, ja. Den machen wir, den machen wir. Ja, ja, ja. Den haben wir. Klimawandel, Klimawandel. Oh, nein. Ich bin da. Er hat dich. Er hat dich. Er hat mich. Ich leb noch. Ah, ich bin tot. Erstmal ein schlechtes Bierchen. So, lecker. So, hier kommt Yoda. Yoda, hinter uns. Echt? Das ist ein kleiner Kack, Yoda. Mach dir weg, den kleinen Kacken um. Scheiße, Arnie. Pick die Gewerke. Eliminiert. T-Bang, 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 T-Bang. So, da haben wir easy zu zweit hinbekommen. Keiner Kacken oben, Alter. So, wir haben gewonnen. Trostbier, Feierabend. Wir machen nicht viele Kills, aber wir arbeiten effizient. Essen. Alter, das sind doch einige hier. Alter. Alter, Alter, Alter. So, ich bin Wanderer, Alter. Wanderer, Alter. Alle, wenn die hier atzen, ne? Alter, da ist die Grafik seinem Vater. Guck mal, wenn du hier hochkommst, mit dem Sonnendenk, Alter. Let's Flair. Gut, dass ich hier Warfrenger, andere Lass. Ich habe auch einen. Na, kommt ein Gegner. Den haben wir schon direkt eliminiert. Wie, Alter. Oh, da ist noch einer. Den haben wir auch eliminiert. Kopfschuss, Alter. Hab einen. So, den haben wir auch. Dritte Eliminierung am Stück, armener Koyan. Und der vierte. Nein, das war meiner. Aber du hast untersteuert. Ja, wenn die um die Ecke kommen, ich schnapp die weg. Oh nein. Bin ich getroffen? Gut. So, ich bin Kati und Kallek und Schittchen. Ich kapier deinen Kopf, Alter. Ich glaube, ich sammle mir auch schon den 4.000. Ja, 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 ja. Yoda, weißt du, was ich meine? Yoda, am liebsten mit Erdbeeren. Oh, da kommt eine Hohe. Pass hier, mach ihn weg, mach ihn weg. Ah, eliminiert. Oh, Ehre. Oh, da hinten. Da musst du sie wechseln. Hab einen, hab einen. Ja. Oh, Leute. Hä? Oh, Leute. Ich habe den bekommen und du hast irgendwie wieder... Alter, baller ich den Arsch. Da ist einer. Oh, ja, 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 ja. Schön. Den haben wir noch abgeholt. Ligern. Ach, die kommen jetzt aus meiner Richtung. Auf Ehre. So, da bin ich noch ein. Hast du? Samu? Du bist tot. Konzentri. Ja, aber Samu Time hat mich geholt. Samu Time? Diese Runde raus. Ja, oh. Ich bin wieder ganz hinschuldig. Ah, den holen wir uns. Eliminiert. Doto Wischer, Alter. Doto Wischer, Alter. Arsch, Alter, Alter, Alter. Ich bin nicht, Bruder. Assozii! Kontakt. Links. Aufgespann. Auf dem Platz. Auf dem Platz. Oh, hier sind viele. Echt? Hier sind Arschviele, Alter. Diese Roboter, diese Staubsauger. Weißt du, wie ich mein? Hau den Eid rein, Bruder. Hau den Eid rein, Bruder. Du wolltest leicht übersteuern, die ist. Hau den Eid rein, Bruder. Oh, ich habe schon wieder den Joker auf Bands. Ich bin Roboter-Flipper und kein Haus-Flipper, Alter. Ehren-Flipper. Bleib, bleib. So, wo sind die? Komm, Ritter. Oh, der Ritter. Geh, mach mal. Eliminiert, eliminiert. Oh, 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 oh. Den Gegner. Den haben wir schon wieder geholt. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe 16 Kills. Jetzt habe ich. Ich habe es. Ja, aber wann kann man die auswählen? Maximal Anzahl. Wir müssen warten, bis sie sterben. Ich nehme den Schwarzen. Ja, ich bin schwarz. Der hat kein Schwert. Der hat kein Schwert. Ja, das ist doch... Hast du Star Wars nicht geguckt? Der hat doch eins in der Hand. Nein, du hast den genommen. Und der hat kein Schwert. Doch. Nein, das ist der schwarze Han Solo. Der hat kein Schwert. Han Solo, Alter? Der war mal bei den Sturmtrupplern. Ja. So, und dann hat... Der trägt doch... Der nimmt doch dann ein Schwert auf. Ja, hat er genommen, hat gemerkt... Der will doch mitbockst. Nee, aber dann hat er gesagt, nee, läuft nicht bei mir. Die neuen Filme sind alle scheiße. Ich dachte, der hat ein Schwert. Nee, der ist einfach nur schwarz. Ja, Qui-Gon Jinn war auch schwarz. Ah, nee, stimmt gar nicht. Kampfläufer am Boden. Wiederhole, Kampfläufer am Boden. Wie hieß das? Der Schwarte mit dem lilanen Schwert, der richtig krass war. Mace Windu, Alter. Mace Windu war auch schwarz. Oder Samuel L. Jackson, ey. Ja. Ich spiele überall mit. Das ist das beste Zitat, ich mich gott. So, ich bin klein. Uh, Reha! Feind erfasst dich! Ja, nicht so aggro, nicht so aggro. Doch, doch, doch. Schnitz, schnitz! Geil. Weggemacht. Zack. Hey, muss ich spammen hier? Ehre. Ehre! Oh, ich habe hier mein Schwertchen geballert. So, hier ist der nächste... Hey! Oh! Ich habe den... Warte mal! Oh, das ist... Ich snipe den Huren. Er hat mich einfach getötet. Scheiß Kylo-Ren-Alarm. Der Republik stehen finstere Zeiten bevor. Scheiße. Ey, so lief das aber nicht im Film. Ja, und dann nehme ich hier diese Feb-Rollen-Alarm und mache die hier einfach überall an, die waren Faschisten dann. Ey. Und das ist mega geil, weil dann hast du immer, wenn du Bock hast, hier einen zu hobeln, hast du dabei. Das ist aber super zum Isolieren. Ja, und dann sind wir auf dem Film.